Sieh, was Probleme sind, hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Midunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Unser nächstes Ziel. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, Benny P. kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senu hilft dir zu finden, was du brauchst. Senu. Senu. Senu lebt noch? Sieh mal einer an. Senu, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Oh. Hm. Quest abgeschlossen. Ein Fähigkeiten von Stufe 2. Schaden Gesundheit verbessert. Das falsche Orakel. Okay. Wir können hier aufrufen. Generation haben wir hier. Also Jägerkrieger oder Seeherr. Kopfschuss-EP. Pfeilsammler. Wäre nicht schlecht, wa? Ich nehme Pfeilsammler. Okay. Aufrüsten. Alles klar. Auf die Jagd. Ich brauche Leder. Okay. Weiches Leder. Wenn du Gelegenheit hast, dann sieh auf meinen Tisch. Einige Einwohner brauchen Hilfe. Okay. Auf den Tisch. Wasserraten. Nehmen Quest Stufe 3. Baditen haben eine wichtige Quelle übernommen und erpressen die Bauern, die dringend Wasser benötigen. Guck mal annehmen. Die Quelle in der Amanai-Höhle. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Familienzusammenführung. Nehmen Quest Stufe 2. Ein Mann namens Theremon wird zusammen mit anderen Gefangenheiten, weil er es gewagt hat, zu protestieren. Theremon. Er würde nicht aufgeben. Guck mal. Ja, wir machen erstmal die Equests. Wir müssen ja bis zur Stufe 5 vorschreiten. Deswegen müssen wir die Hopkus lassen. Zuerst. Finde ich aber net zu nehmen. Kann ich es jetzt machen. Geil. Sende rufen und neue Herstellungsmaterialien zu finden. Ah, okay. Man kann Das ist am nächsten, oder? 309. Wo sind wir? Da. Für die Armschiene brauchen wir. Das ist da. Hier ist ein Assassin. Okay. Oh nein. Das ist zu geil aus. ist auch schon so gib mir einen grund dich aufzuknüpfen irgendeinen so damit hier eine gazelle woe da 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 ha Ja Noch eins Achso Hey, wie hab ich das denn jetzt gemacht? Das wird reichen Dank Nate Gött in der Jagd Okay, wir können das Post Ah, das hier Zack Guck mal für Für vieles brauchen wir das Okay Fest abgeschlossen Ficker So So Es plummst Es plummst Es plummst Es plummst Es plummst Just... Wenn ich mich einfach nicht treffe, ah. So, wie ein Hoden, ey. Ein Hoden ist das. So, wie ein Hoden. So, wie ein Hoden. Gibt es doch nicht. So. Ah, das ist... So, jetzt aber. Drecks Fisch. Okay. Warten schlechtes zu nehmen. Mit den dreien. Äh. Mit den Pfeiler aufsammeln. Es tut mir eigentlich leid um die Tiere, aber auch nicht. Eine Zigge. Hersteller verfügbar. Lass mal schauen. Genau, das wollte ich. Zack. Wofür brauchen wir das? Okay. Ja, wir holen Holz, oder? Besser. Oder wie? Hey, wo kommst du her? Plötze. Wow. Wir gucken mal auf die Map. Was haben wir denn hier? Schnellreise. Schatz plündern. Okay. Was haben wir hier? Schnellreise. Das Eisen und Schmied, ne? Da stehen sogar alle Queste mal drin. Cool. Kann man denn... So. Die Feitersten. Die Heilerin. Was haben wir hier? Haben wir hier in der Nähe, ne? Hm, hm, hm. Ich geh mal da hin. So. Voll schön hier, wa? Ohne Scheiß. Wettner, neuer Ort entdeckt. Halmer Punkt. Lass mich mal da runter. Welcher Tuch ist das? Hey, was? Banditen. Wie kommen sie? Stirb endlich! Alter. Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist irgendwie so ein High-End. Banditen. Alter Schweden. Den hab ich kaum klein bekommen. Ich glaub, da sagt man noch nicht hin. Und der hat mich ja irgendwie zwei Schläger gemacht, wa? Ich glaub, da sagt man noch nicht hin. Ich bin mir nicht so sicher. Aber wir haben den jetzt entdeckt. Ich glaub, irgendwie die Stufe? Ne. Keine Ahnung. Ich hol mal ein neues Tier. Achso. Season Pass. Ah. Helix-Kollitz. Oh, ho, ho, ho. Das sieht ja monsterhaft aus. Bombastig. Boah, ist schnell, wa? Boah, 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 boah. Ah, hier sind wir wieder. Boah. Boah. Was? Hey! Was ist das? Du entkommst das nicht! Hab ich dich! Kann man noch mal hinlaufen? Da bist du! Die Amanai-Höhle. Ai und ich kamen als Kinder oft hierher. Amanai-Höhle. Da steht eigentlich meine Liebensanzeige. Mal speichern. Warum werden die mich nicht angezeigt? Nein, nicht. Ich gehe nicht mehr in die Hocke. Nein, es ist automatisch gehen. Zieh! Ich feige dir heute. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. die bauern sind auf diese quelle angewiesen sie werden schon zahlen das ist auch blöd hey ich bring dich um ich bin ja dafür lasse ich dich leiden nein Nein, Alter, was für ein Hankel, der nimmt ja einen auseinander, was, wo bin ich jetzt? Hey, wo bin ich, ah. Wo ist sie denn? Hey. Das ist ein anderer Eingang. Klar, treff bei der Bewegung. Alter, will ich verarschen? Endlich. Ist ein anderer Eingang? Kann aber nicht alle Waffen einsammeln. Guck mal, z.B. die geht gar nicht. Sag mir Bescheid, wenn die Soldaten kommen, dann rechne ich mit ihnen ab. Jetzt sieht er die. Ach, das ist der Obertyp. Das andere Seite sind wir jetzt. Wie geht ein Speicher an? Steht da nicht, ne? Speichert automatisch. Die Bauern sind auf diese Quelle angewiesen. Wir werden schon zahlen. Oh mein Gott. Was? Hey. Hey. Was? Oh, da ist mal einer. Ich töte dich. Wenn ihr diesen Bauern nochmal seht, bringt ihn zu mir. Ich will ihn befragen. Das sieht aus wie seine Typ da. Was? Ja. Was? 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 Oh, nettes Schild. Oh, nettes Schild. Hey, was? Schon vor unsere Klinge. Ja, komm her, du kleine Putzer. Schneller. Wo ist der Pisser? Da ist aber einer. Frisch darfst du, Ratte! Na komm. Na komm. Wir wissen ja nicht, wo ich bin. Da ist da so ein Brennpfeil in den Kopf gekommen. Da hat jemand großes Verlang, Noshman. Mist, hier gibt's Jager. Wann ist das an, ne? Ich werde dich vertreten. Das war's. Ja. Die Banditen kommen so schnell nicht zurück. Stufe 8. Äh, 3. Mann. Kann man ja schneller werden. Das ist irgendwie anfangs immer so, dass ich mal gucken muss. Hm. Y. Alter, der finde ich eine Belegung. Wie, gar nicht Y. Wir selber kriegen nix, oder? War nicht schon logisch. Nein, da war doch was. Oh. 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 Du hast die Quelle zurückerobert. Den Göttern sei Dank. Die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Magi zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Senni. Alles klar. Ich bin sehr dankbar. Warum musst du Lotto werden? Ich verstehe nicht, warum du Lotto werden musst. Ach, das ist der eine Angang. Hier. Gut, ein guter Schild. Wir haben alles, außer jetzt die Böden. Nein, wir gehen los. Das ist alles. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Ich verstehe nicht. Ich bin gut. Ich bin gut. So, gucken wir mal nach den Schädern. Ja, normalerweise würde ich das hier jetzt nehmen, aber ich... Achso, ja. Soll ich das nehmen? Ey, komm, es ist schieben, offensichtlich. Wir haben jetzt zweimal Holzschäd. Nahkampfwiderstand. Nehmen wir das einfach mal. Sieht auch scheiße aus. Der Bogen haben wir jetzt auch. Ähm. Ja, ansonsten was war das? Schatz, ich blinder 2 von 3, was? Wo denn? Ey, wo ist denn hier noch ein Schatz? Oh. Ah, da. Vielen Dank.